Rentenpapst Raffelhüschchen fordert die Abschaffung von Beamtenpensionen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich wollte es ja gar nicht glauben, was der Herr Prof. Dr. Raffelhüschchen da kürzlich von sich gegeben hat in einem Interview. Meine lieben Damen und Herren, der Rentenpapst Raffelhüschchen fordert die Abschaffung der Pensionen für Beamte. Und zwar sollen Lehrer, normale Mitarbeiter als Beamte im öffentlichen Dienst, die keine statusrechtlichen Aufgaben wie Polizisten, Richter oder Mitarbeiter in der Finanzverwaltung ausüben, keine Pensionen mehr bekommen. Diese Leute sollen nach dem Willen des Rentenpapstes Raffelhüschchen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Eine Forderung übrigens, die ich auch schon seit Jahren erhebe. Ich kann überhaupt nicht erkennen, warum es in Deutschland ein zweigeteiltes Altersversorgungssystem gibt. Also sprich einmal die gesetzliche Rente und dann daneben noch die Pensionen der Beamten. Da hat sich doch ganz, ganz viel Frust bei vielen, vielen Menschen aufgetan. Und eines ist klar in Deutschland. Wir können uns diese beiden Systeme nebeneinander überhaupt nicht mehr leisten. Finanziell ist das für die Zukunft nicht mehr zu stemmen. Wenn wir schon alleine für die deutsche Rentenversicherung oder für die gesetzliche Rentenversicherung über 100 Milliarden Euro im Jahr 2022 oder 2023 an Bundeszuschuss reinschieben müssen, damit die Aufgaben der gesetzlichen Rentenversicherung finanziert werden, dann sind es circa 70 Milliarden Euro Beamtenpensionen, die als Last durch den Steuerzahler zu zahlen sind, wo der Gesetzgeber im Grunde genommen überhaupt keine Rücklagen gebildet hat. Meine Damen und Herren, wir stehen grundsätzlich vor schweren Zeiten. Deshalb ist der Vorschlag von Prof. Dr. Raffelhüchchen doch wirklich gut und richtig. Wir alle wissen ja auch, dass der Prof. Raffelhüchchen für die Erhöhung des Renteneintrittsalters in der gesetzlichen Rentenversicherung steht. Das ist etwas, was ich zum Beispiel überhaupt nicht gut finde. Aber auch da kann man sicherlich zweigeteilter Meinung sein. Letzten Endes ist es so, wir können uns in Deutschland ein zweigeteiltes Altersvorsorgesystem nicht mehr leisten. Und deshalb stehen uns tatsächlich in der gesetzlichen Rentenversicherung schwere Zeiten bevor. Wir wissen nur nicht, ob diese schweren Zeiten sich dann auch zugunsten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die fleißig arbeiten, dann tatsächlich auch ändern werden. Und dass diese Menschen und viele andere auch armutsfeste Altersrenten und Erwerbsminderungsrenten bekommen können. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.